Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem Video. Ich befinde mich hier jetzt für die nächsten drei Tage in der Stadt, die niemals schläft, New York City. Genauer gesagt befinde ich mich gerade hier im Central Park und hier in New York gibt es einiges zu decken, deswegen würde ich sagen, rede ich nicht mehr lange um heißen Brei herum, sondern wünsche euch noch ein Video und los geht's! Ich möchte dich in ein Stadt, das nicht schlafen, und find I'm king of the hill, top of the heap, Ich komme gerade aus der Bahnstation und mache mich jetzt auf den Weg zum Ghostbusters Headquarter. Where it's up to you, New York, New York. Anschließend habe ich mir das höchste Gebäude von New York angeguckt, das One World Trade Center. Außerdem habe ich mir das Ground Zero angeguckt, was ein Andenken an den Terroranschlag vom 11. September ist. Danach habe ich mich zu Broken Bridge aufgemacht. Sie verbindet die berühmten Stadtteile Brooklyn und Manhattan miteinander. Und find I'm A-Number-One, top of the list, king of the hill, A-Number-One. Zum Abschluss des Videos geht es jetzt nochmal zum Times Square bei Nacht. New York If I can Make it there, I'll make it Anywhere It's up to you New York 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017